Mein Leute! Herzlich Willkommen wieder zu Adopt Me! Es ist das neue Update rausgekommen! Es ist das neue Update rausgekommen! Ist das gar nicht? Ja, müssen zur Hälfte, sag ich mal! Ähm, hier, die Dancing Dragon kostet 800 Robots, was ich mir nicht leisten kann, deswegen mach ich das auch nicht. Weil, ja, bisschen teuer. Nein, danke! Mitnehmen! Hab nix! Schade! Mal wieder meine Bienen raus und Leute, wir können jetzt endlich die neue Aufgaben hier machen! Nein, das mach ich nicht! Speedbox! Leute, soll ich die Visetten? Weil es gibt ja so eine RGB-Box! Ich lege sie mir gleich nochmal durch! Erstmal schlafen! Jedes Mal! Mein Gott! Beschrecklich schlafen! Ich hole mir nochmal ein zweites Bett dazu! Bett! Und als nächstes gehen wir dann natürlich wieder wohin zur VIP-Lounge! Also ich verlinke euch auch in der Videobeschreibung die anderen Videos von Adopt Me! Okay! Ja, hoffentlich gefällt euch das aber auch! Ich muss noch kurz überlegen, was es da bedeutet, weil mein Englisches ist, sag ich mal, also mein Englisches ist, sag ich mal, nicht das Beste dafür! Wartet noch mal bitte kurz! Wartet noch mal bitte kurz! Was könnte das sein? Oh mein Gott! Mir fällt es gerade nicht ein! Was könnte das sein? Ich hab wirklich gar keine Ahnung davon, was es sein könnte! Leute! Das nervt schon so lange! Was könnte das jetzt nun sein? Ich hab's Leute! Ich hab's! Ich hab's! Ich hab's! Geben sie Geld an einem Stand, Eiswagen oder Kasse einen anderen Spieler aus! Ich hab's! Wie viel Geld verdient dafür? Misetten! Hast du keine Ahnung? Was ist das denn schon wieder? Was ist das denn schon wieder? Was könnte das jetzt sein? Was könnte das jetzt sein? Leute! Wenn ihr das wisst, was ist das jetzt, was da unten steht, dann schreibt es in die Kommentare! Mal gucken, wie es schneller ist, als ich sagen kann mit meinem Englisch! So! Sammeln Sie ein Fahrzeug, sich noch nicht in Ihrem Tagebuch befindet? So fast alle! Okay, ich hab nichts gesagt, Leute! Wie cool ist das denn? Warte! Fossil-Fahr-Helikopter? Nice! Mal sagenhafte! Oh, ein Zug! Cool! Noch ein! Alter! Was für ein Helikopter! Geiler Lach! Mein Gott! Ja! Warte! Ich bin nicht so schnell! Ein Wunder-Event ist rausgekommen! Da gehen wir auch mal hin! Ich weiß auch schon, wie Teil so eine Box kostet! Ähm, 350 Bucks! Ja, wir spannen jetzt auch auf 350 Bucks! Mal öffnen eine! Oh, wo sind meine Biene hin? Oh, ja, voll zur Wunde, dass da ist! Ich hab schon entweder, glaube ich, ein bisschen vorges... Etwas vorgespielt, oder... Keine Ahnung, was da ist! Hä? Den hab ich doch noch nicht freigeschaltet! Gut! Ähm... Hallo? Ich möchte ja mal suchen... B... Äh... B... Loll! Raus hier! Ab in meine Limo... Limo-Sene! Bip-Bip! Jetzt könnt ihr auch mal direkt das neue Luna-Event sehen! Hier, eins bin ich ein bisschen doof da ran! Und... Der Preis! 10.500 Bucks! Wer soll sich das leisten, Leute? Ich nicht! Achso, ich hab mal kurz eine Frage an euch! Wenn ihr schon mal ein... Wie heißen die? Wenn ihr so ein... Luna-Gold-Tiger habt, dann gebt den mir bitte für ein Video, weil dann mach ich daraufhin auch mal ein Video! Das wäre super cool! Gut dann! Mein Brot! Mein Butterbrot! War wieder so komisch hier alles! Ehrlich! Mein Gott! Biene, du kriegst später was zu essen! Kann doch mal leise sein! Wie viel braucht man für Popper? Und wie viel braucht man dafür? Äh, dafür braucht man 5! Und man hoffe, beides 5! Okay! Nö, ich geb dir... Hier, gib dir das hier! Hier ein bisschen Popcorn! Weltmeister! Weltmeister, nie drücken! Einmal mal ein bisschen hier was kaufen! So, du! Ob da einmal mal ein bisschen hier durchkaufen! Fertig! Fertig! Na ja, das könnte reichen! Vielleicht wird das ganze Video! Und ich trinke noch mal was! Ich hab schon wieder Hummer, Leute! Ist doch nicht mehr normal hier! Einsteigen! Ach ja, hier habt ihr noch diese Limo-Stände! Ich glaub, die stehen alle da hinten! Oder wo standen die alle? Ich glaub, keine Ahnung, wo die standen! Ach so, damit ihr mir auch ähm... Einen golden... Also hier diese golden... Dieser... Luna-Gold-Tiger! Dann müsst ihr auch leider einmal mit mir Freund sein, um auch in meine Lobby natürlich auch zu kommen! Dann schreibt ihr mir einfach schnell... Ähm... Wie eine Uhrzeit! Ja... Und das wär super denn! Ich hab nur Hunger und Durst! Was ist denn das? Oder wenn wir natürlich jetzt noch einen goldenen... Luna-Tiger bekommen... Super! Dann können wir... Dann müsst ihr mir keinen geben mehr! Und ja! Ich bin doch wirklich gerade nur am Essen und Trinken! Leute! Was ist denn das? Ich trinke zwar auch so viel, aber auch nicht so viel! Ich trinke! Und gleich hab ich schon wieder Hunger, Alter! Ich würde mal sagen, wir fahren da mal schnell hin! Also die Prozentchancen kann ich euch auch jetzt schon sagen! Ein normaler... Ich zeig die noch einmal kurz! Einmal... Ein... Ein... Ach... Schöne Musik kommt da schon entgegen! Einmal... Einmal... Und... Ey! Kannst du mich auch einfach mal lassen! Lassen! Ein Dollar! Ja! Dieser... Also... Der Luna-Tiger... Der ist für... 60 Prozent! Also... Der hier! Ist für 60 Prozent! Der Weiße ist... Der Weiße ist 30 Prozent! Also... Nein! 60... 30... 10 Prozent! Er ist ein... Ein Zuschauer von mir? Ich hab keine Ahnung! Schreib mal in die... Schreib mal in die Kommentare, okay? Soll ich mir das geben? Oh... Willst du mir den schenken? Was ist das denn? Okay... Kann man auch so machen! Miep miep! Was? Wie bitte? Wie bitte? Wie bitte? Wie bitte? Wie bitte? Die kauft... Für so viel Geld? Sowas? Ne! Ab zum Zelten! Aber... Ich hab doch schon mal Leute hier rumfahren gesehen, natürlich! Als sie mir natürlich da alles angeschaut hat! Die Preise und so! Ich hab schon einen gesehen! Einen einzigen! Also für die, die wirklich jetzt die ganze Nacht... Von, glaub ich, gestern 18, 17, 16 Uhr... Also irgendeiner von den Stunden, glaub ich... Kommt immer in die Absätze und Adopt-Me raus! Ich glaub... Hab ich da nicht was gehört von jeden Donnerstag immer? Nee! Auf jeden Fall... Der hat... Es ist auch gestern... Also gestern... Für euch vielleicht in 2 Tagen oder 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Das kann da bei euch alles sein! Auch vielleicht ein ganzes Jahr, Leute! Aber das glaub ich ehrlich! Aber guck mal, dass er das... Die ganze Nacht da dran... Bis er mal diesen Zug bekommt! Krass! Krass! Ich würd das nicht machen, nur für sowas! Echt krass! Hm? 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 Keppi? Warte mal... So, das zieh ich ihm an? Ich zieh ihm alles an, was ich habe! Obwohl... Doch nicht! Hat die noch irgendwas an? Machen wir mal alle auf den Stern! Ja! Meine Limo! Ich fahr mal zu diesem Pet-Accessoire hin! Die es da gibt, glaube ich! Und so lange bin ich mal leise! Uh! Da sind wir auch schon! Haben sie kurz gesucht! Vielleicht hab ich vergessen, dass es hier war! Hm? 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 Was ist das denn hier? Nimm das! Oh ja! Das ist, glaube ich, cool! Hm! Das kann man sich hier nehmen. Dann nehme ich mir... Was hab ich mir jetzt da genommen? Ich will das noch! Das hab ich mir genommen! Nee! Hä? Was hab ich genommen? Ach, das da! Nee, auch nicht! Was hab ich genommen? Wie nicht? Gibt ihr draußen was? Ach toll! Ich muss auch noch zum Krankenhaus! Erstmal essen! Das sieht eher so aus, als wäre es hier mit Stoff gestrickt wurde! Rein hier! Hä? Ich hab kein Geld bekommen! Ich hab wohl 6%... 6 Dollar abgezogen! Wie unfair! Einfach mal so mit den Goldäpfeln! Goldäpfeln! Zack! Soll ich schon zur Schule gehen oder soll ich stinkig zur Schule gehen? Nein, ich will zuerst sauber sein! Also, ich geh nicht von der... Pfff! Also... Nee! Hä? Was wollte ich jetzt sagen? Egal! Tschüss! Musik da! Musik weg! Vielleicht meldet sich ja bei mir jemand! Biene! Guck! Biene! Guck! Was ist denn das da unten? Was ist denn für eine Scheiße? Oh! Biene! Guck! 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 Guck Guck! Das kann ich dir nicht so gut nachmachen. Liegen Geräusche. Miep Miep! Hallo! Kannst du hier wieder trainieren? Nöö! Natürlich nicht! Hab' ich mir schon gedacht! Abonniert meinen Kanal, Leute. So heißt, Leute, mein Kanal. Bist du auch noch ein einziges Schreiben? Nee, ist dann aber ja alles weg. Abonniert mich, Leute, bitte. Bitte, wir sind erst immer noch bei den 12 Abonnenten. Also bei den Likes geht es natürlich immer hoch. Also die besten Videos sind irgendwie immer bei mir. Ein Paintball und SCR, also Stafford County Railways. Keine Ahnung, warum. Und es wird übrigens noch 70 Dollar. Einmal bitte alle weggucken. Ich sag euch, wann ihr wieder umdrehen könnt, aber jetzt noch nicht. Jetzt könnt ihr wieder gerne gucken. Es regnet Geld über mich. Warte mal. 800. Nee. Ich dachte, es hat 500 gekostet. Ist doch leider. Wir kaufen uns die Box. Bäh. Oh, sieht die cool aus. Ja, die sah das war fast genauso gleich aus, aber oha. Ja, hat sich Adopt-Me echt viel überlebt. Schön. Passende Musik dazu bitte einmal. Kann das da mal weg? Okay, jetzt guck mal weg. Abbrechen. Ach egal. So. Lass ihn doch einfach mal an. So. Warte. Kann man noch besser machen? Einen Moment. Einen Moment. Cool. Ich laufe immer noch mit meiner Biene rum. Cool. Kann man den Namen umändern? Ja. Der Naht. Wann kann dieser Naht? Jetzt geht das... Hm? Soll ich da jetzt alles großschreiben? Egal, Leute. YouTube. YouTube. YouTuber. YouTube. YouTube. Was ist denn das hier? Kann man das auch ohne der zwei irgendwann machen? Nee. Kann man das so dazwischen machen? Nee. Hä? Nee. 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 Mir doch egal. So, besserer Name? Dann gebt mir doch hoffentlich immer Glück bei euch, dass ich mehr Abonnenten bekomme. Ich dachte gerade, ich kann mir dein Haus bohren. Keine Ahnung, worum ich das denke, aber einfach so. Du trinkst gutes Wasser, okay? Ja, mir doch egal. Ob man jetzt ehrlich im Wasser fahren kann? Schlecht. Ich werde mich nicht totlachen. Hallo, da bin ich. So, versteckt oder nicht, ich komme. Wo könnten die denn alle sein? Hab dich nicht. Hallo, habs, hast mich doch. Du hast du es, besorge dir etwas zu trinken. Nee, ich besorge mir nicht zu trinken, sondern ich besorge mir, dass das Video endet. Ja, damit auch. Bye, bye, Leute. Und gebt euch wieder auf diesem Video einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke und schreibt immer in den Videos am besten rein, was ich als nächstes online machen soll. Also ich mache ja jeden Tag immer ein Video. Habe ich mir selber ausgedacht. Zwei Jahre wäre ein bisschen zu viel. Ich mache extra so lange, falls ihr mal einen schlechten Tag habt, damit ich euch auch vielleicht besser einfach mal lauen kann. Ja, denn bitte schreibt es doch mal in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen wollt. Und damit auch ciao. Ciao, Freunde.